Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal StunnoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Roblox und heute spielen wir eine Welt-Obby, also wir sollen irgendwie diese Welt entkoppeln. Ich habe keinen Game-Sound aus dem Grund, da irgendwie sonst, wahrscheinlich wegen Copyright-Rechten in meinem Video nicht unbedingt das Beste ist, durch die Musik, weil die hier irgendwie Musik anhaben, keine Ahnung. Deswegen habe ich einfach den Sound ausgeschaltet, ihr werdet wahrscheinlich dann einfach ein bisschen, ja, Music im Hintergrund hören und ja, genau. Ich kann ja auch irgendwie einen Shop verkaufen, ich habe zwei kostenloses Gibt's. Durch, ähm. Ersthaft jetzt, ich bin doch grad drüben gewesen. Man kann ja nämlich dann ein Haustier kaufen. Und ja. Ähm. So. Mehr Hobbies von dieses in unserem... Ja, ich kann mal gucken, ob die Musik aus ist. Nö. Wenn man die Video kurz an hat, hat es nicht schlimm. Aber, ähm. Ja, ich kann es trotzdem nicht. Ähm. Anmachen. Den Copyright-Rechten. So kann man das hier sehen. Ja, hier. Ah, hier kann ich ja. Perfekt. Und links. Äh, rechts kann ich durch. So. Okay. Jetzt müssen wir hier so hoch springen. Aha. Also, ich weiß nicht, was das mit dieser Welt zu tun hat. Oder was es überhaupt mit einer Welt zu tun hat. Haben soll. Aber, ja, egal. Auf jeden Fall ist trotzdem ein geiler Tycoon. Also, den kann man auf jeden Fall spielen. Ähm, den Link, in die übrigens auch, also die ganzen Spiele, die ich immer spiele, die sind immer alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, wenn, 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 wenn ihr das dann auch selber zocken wollt, könnt ihr dann einfach in meiner Videobeschreibung vorbeischauen. Denn dort ist der Link. Zu den ganzen, wie denn immer. Oh. Kommen bitte wieder. Danke. Zack. Und dann. Ja. Ne, also ihr seht das auf jeden Fall alles dann in der Videobeschreibung. Schaut übrigens auch gerne auf meinen Discord-Server Fridays unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich auch sehr freuen, wenn ihr abonniert den kleinen Kanal hier. Das würde mich auch sehr freuen und sogar zu abonnieren. Und lasst auch gerne ein Like da, wenn wir das hier passen dazu. Kommt auch einfach ein Like, ähm, like das Spiel. Ähm, könnt ihr auch gerne mal mein Video liken. Das würde mich auch freuen. Können wir uns ein Haustier kaufen? Sollen wir uns einen Hund? Ich würde sagen, wir kaufen uns einen Hund. Let's go. Ich glaube, man kann irgendwie alle Sachen hier kaufen, die es hier gibt. Bin mir aber unsicher. Muss man mal gucken. Äh. Hä? Aha. Jetzt hat er gestanden. Ich weiß absolut nicht, was dieser Haus hier rummacht. Glaubt gar nichts. Ist einfach nur als Deko. Ich habe jetzt hier so einen Hund dabei, die ich hier irgendwie hochbringe. Was so viel Sinn ergibt, ich weiß es ja nicht. Aber, ja. Ebenen. Höhlen. Bin ich jetzt in der Höhle? Aha. Ah, jetzt verstehe ich. Also hier gibt es so verschiedene Bereiche. Okay, ich war gerade oben. Jetzt bin ich in einer Höhle. Okay, jetzt muss ich sagen, ist es geil. Ich glaube, ich muss hier warten. Ja. Jetzt ist es geil. Ja, ich bin eingefallen. So. Geil, geil. Ich habe zwei Stages skippen. Das ist auch geil. Okay, falls man nicht weiterkommt. Skippen. Ähm, ja. Geh weg. Gieß. Boah. Kam relativ schnell wieder, ne? Ja, ich habe es aber noch geschafft. Okay. Gut, springen wir hier mal über so Blöcke. Hier unten ist auch Lava. Und wir sehen hier auch... Ah, jetzt sieht man hier, wo ich bin. Ich bin jetzt hier bei dieser Höhle. Es gibt anscheinend auch noch ein Dschummel. Okay. Schauen wir doch mal. So. Müssen wir hier hoch. Zack. Kommen an die Lava vorbei. Oh. Ja, sollte alles hier funktionieren. Runterspringen. Zack. Warten. Bis dieses Ding da kommt. Okay, okay. Ist ein geiles Spiel, muss ich sagen. Also, ob ich meine nicht. Sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Dann warten wir doch mal. Let's go. Die One Emo. Hier runter muss man jetzt. Okay. Muss man hier irgendwie hoch springen. Hm, hm. Geil, geil, geil. Jetzt sind wir hier so... Boah, wie weit hoch sind wir jetzt? Keine Ahnung. Oh, jetzt muss man hier so an den Seiten entlang springen. Müssen wir wieder warten, bis dieses Teil hier wiederkommt. Und dann geht's dann da wieder rein. Okay. Boah, das war knapp. Hätte den beinah verpasst. Aber ich hab ihn auch gekriegt. Gehen relativ schnell wieder weg. Seht ihr? So, jetzt müssen wir hier über diese ganz steile Hängebrücke... Damit wir nicht in die Lava fallen. Und das ging relativ ganz gut. Ganz gut. So, und so. Ey, ich war sogar drüben. Komm, jetzt. Schau, wie. Gleich, dass ich's schau. Ja, go. Okay, gehen wir hier mal runter. So, zack, zack, zack. Dann springen wir hier einmal rum. Flank. Nein. Boah, ich war so gut. Ich war so gut. Also, wenn man öfters Hobbys spielt, ist es gar nicht mal so schwer. Ja, das soll ich sagen. Das wollte ich sagen. Habt ihr nicht gesehen? Denn ich hab's nämlich auch nicht gesehen. Ah, jetzt gibt's hier wieder die Dinger. So. Das ist geil, dass man hier so einfach gucken kann, wo man landen muss. Oh, jetzt gibt's hier so Plus-Dinger. Zack, zack, zack. Zack, zack. Bam. Wir waschen hier mal ein bisschen durch jetzt. Wir machen jetzt mal fast, ähm... Ich bin sogar drauf gewesen, aber ich bin zu blöd gewesen, ähm... Tatsächlich wieder rauf zu gehen. Komm her. So. Weiter, wir kaufen uns gleich ein Haustier, wenn wir da drüben sind. So. Kaufen wir uns jetzt eine Katze. Ah, jetzt kann man hier tatsächlich auswählen, was man haben will. Ich will natürlich meinen Hund wieder haben, weil... Hunde sind auf jeden Fall geil. Kaufen wir einfach nur als Deko alles. Übrigens, mein Roblox-Account wurde ja gehackt, ähm... Meine Roblox wurden tatsächlich auch, wie sag ich mal, ausgegeben. Ja, also ich hab ja um die 17.000 Roblox gehabt. Hab dann den Roblox-Support angeschrieben, ähm... Dadurch, dass halt mir das einfach weggenommen wurde. Man hat auch in meinen YouTube-Videos halt gesehen, dass ich diese Roblox hab. Das heißt, Wissen... Also Roblox könnte auch dadurch das gesehen haben. Ähm... Ja. Und, ähm... Jetzt habe ich halt meine Roblox auf jeden Fall wieder. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr geil. Und auch sehr nett. Das ist nicht selbstverständlich, dass die das einfach mal wiedergeben. Ähm... Ja. Aber ich hab halt... Ich wurde halt wirklich gehackt und das haben die anscheinend auch irgendwie gesehen. Ähm... Ja. Auf jeden Fall hab ich jetzt meine Roblox wieder. Und das ist die Haupt. Ich hab jetzt auch sehr strenge Dinge angemacht. Dass man, ähm... Hier, äh... Überhaupt rein kann. Weiße. Und das ist immer so kacke, wenn man, ähm... Dann fragt, ne? Ja. So, springen wir hier rüber. Guck mal, das Ding kommt direkt, wenn ich hier rüber bin. Wir sind schon bei Stufe 56, alter. Das ist schon krank. Es ist sehr krank. So, rüber hier. Zack, zack, zack. Warum sollte man jetzt da drauf und jetzt ist man hier wieder unten, äh? Egal. Wir gehen hier einfach mal lang. Zack, zack. Warum stehen die eigentlich hier mal alle auf Karom? Ich verstehe das nicht. So. Wo ganz, ganz früher habe ich so ein Spiel gespielt. Ich weiß also nicht, wie der heißt. Oder wie das Spiel nochmal heißt. Wie das Spiel hieß. Ähm... Ja, das ist ein bisschen blöd. Weil ich wollte das eigentlich mal auch in einem YouTube-Video mal anzocken. Weil es war relativ geil, muss ich sagen. Ähm... Ja. Aber... Ich weiß nicht mehr, wie es heißt und kann deswegen auch das bespielen. Wir kaufen jetzt hier einfach mal alle Dinge, die man hier kaufen kann, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, wenn man das Spiel hier drüben spielt, dass man so viele Coins hat, dass man alles kaufen kann an Ostien. Ähm... Ja. Jetzt sind wir auf jeden Fall in einem Dschungel. Oh, Dschungel finde ich sogar besser als eine Höhle. Oder? Ja, wobei... Ja, doch. Eigentlich ist es schon geiler so, ne? Zack. Aber 17.000 Warbucks verantastet sich auch eine Summe, ne? Deswegen, ähm... Habe ich dann auch für den Support das gemeldet. Wenn es jetzt nur 300 gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich auch mich gemeldet. Aber hätte es auch verstanden, dass ich das dann eventuell nicht wiederbekommen hätte. Weil das nicht so eine hohe Summe ist. Ähm, aber 17.000 sind natürlich dann schon eine Summe und, ähm, da habe ich halt einfach den angeschrieben. Ja, ganz ehrlich. Das sind mehr als 200 Euro gewesen. Und die zu verlieren ist tatsächlich... ...nicht so geil und deswegen... Ja. Oder die bewegen sich ja hier alle. Boah, ich habe es sogar noch geschafft. Komm her. Bam. Komm, komm, fahr. Danke. So. Dann müssen wir hier wieder gucken, wo man hier rüberkommt. Hier links. Okay. Hier kommt man rüber. Hier nicht. Hier nicht. Also rechts. So. Die sind jetzt mittlerweile schon bei Stufe 73. Das ist doch schon mal eine Zahl, muss ich sagen. So. Bam. 73 sind wir schon. Okay. Oh, jetzt sind wir sogar schon weiter im Gebirge. Aber Leute, wie wir das Gebirge machen, das seht ihr in der nächsten Folge, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Liken, ein Abo da. Ähm. Schaut meine anderen Videos vor. Ähm. Schaut euch meine anderen Videos an. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen Film mehr fasst. Trauma. Haut rein und euer Alessandro. Ciao, ciao.